Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zurück bei Seh-Infekte, natürlich. Wir müssen jetzt einmal Holz holen, um oben die restlichen Wände fertig zu kriegen. Das kriegen wir, wo wir ihn, das ist alles nicht so das Problem. Wir haben hier ja noch ein bisschen Urwald, weil das beseutigt werden muss. Sogar, hier steht sogar ganz praktischerweise gleich ein kleiner. Bisschen die Jahreszeit im Auge behalten, wegen unserem Pflonzen, damit sie nicht eingehen. Und wer juckt die Nase? Moment. Und wir könnten natürlich auch abfrieren, aber noch ist temperaturmäßig alles okay. Dürfte diesmal nicht ganz entschuldigen werden. Wieso steht der so weit wie ich? Komm mal dichter runter. Hier, ne? No, da säuft mein Holz-App. Krieg ich aber aufgesammelt. Aber da müsste noch ein zweites sein. Hä, schwimmel Holz. Seh ich nicht. Bedämmt. Da ist mir doch glatt ein Holz abhandengekommen. Da fehlt die tiefen Holz. Naja, ist nicht so schlimm. Das verschwindet euch schon an der Wolke. Nicht? War das doch schon so viel? War das doch schon der Kleine? Ah, das ist doof. Haben wir gleich. Die ist gut, die Mann. Die kann man mit dem Holz schwimmen. Das ist sehr, sehr gut. So, warte mal. Hau ich die Beine hier. Ah, warte mal. Haben wir ja alle drin, ne? Ja, hau rauf. Ist jetzt auch kein Weltnergang. Hier holen wir den Wogen. Ah, ich mach das immer genasymmetrisch auf den Segen. Ich mach das gar nicht, wenn die so durcheinander liegen. Aber da bleibt mir jetzt auch keine andere Woll. Ich meine, wir haben ja noch jede Menge Wald, was wir hier wegholzen können, ne? Die Stamina. Die gute Stamina, die will uns mal wieder eggern. So, eins, zwei, drei. Zack, zack, zack. Jetzt brauchen wir erstmal wieder Brille. Und oben mal rauf machen wir dann einfach so eine Dachterrasse. Den kloppt dann schon. Hier unten sah ich auch noch so eine Art Balkon vor. Also so ist das nett. So. Und die Beuden, die machen wir dann einfach auf die Beuden letzten. Dann ist es wieder gleich. Also auf die Beuden. Bere, da kriegen wir schon wieder voll. Alles kein Problem. Zack, zack. So viel zum Thema, die Beuden letzten, ne? Ich befürchte bloß, wir haben bald nur noch große Bäume und, ja, dann kriegt er keine zwei großen Bäume auf dem Wagen. Also das ist immer ein bisschen doof. Ich habe aber auch ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, wie lange das Holz da liegt, bevor es dieses Bohr kommt. Ähm, haben wir hier keine... Das haut mir doch wieder ab ins Wasser. Das sehe ich doch schon kurz. So, so, so. Da füllt doch schon wieder einer. Da müsste noch einer so ein irgendwo. Mach mich raum. Bist wieder abgesoffen? Das Toy nehmen wir mal mit. Hier ist er. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Denkommit. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie artet das immer an Großbauprojekten aus, ne? Wenn man die Möglichkeit dazu hat. Aber wirklich jedes Mal. So, so kann zumindest der Miner sich mal wieder ein bisschen erholen. Bere, da haben wir ja relativ schnell voll. Ich glaube einmal gleich noch oder so. Denn ist es wohl. Zack, zack, zack. Die ist aber wirklich hier rauf. Oh, mein Moll noch. Den dürfte es voll sein. Das ist sehr schön. Essen, trinken, haut alles hin. Temperatur haut mal hin. Alles to die for die. So, es ist der hier ab. Den brauchen wir nicht so weit laufen. Erstmal den kleinen. Bip, bip, bip. In den großen. Ist überall einfach zu viel Wasser. Zack, zack, zack. Yo, 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 yo. Wiesen, bitte. So, hier kommt es mit. So, rauf da. Und die zwei kommen natürlich auch noch mit. Obwohl das hier, naja, ich würde wünschen, das würde hier ein bisschen grüner werden. Aber gut. Die Karte wirkt allgemein auch relativ leer bis auf diese... Es sollen ja Cities sein, auch wenn es eher so aussieht wie Dörfer. Sind halt ein bisschen zu Besuch hat. Aber das kommt vielleicht noch, ne? Kriegt ja auch ganz langsam Stück für Stück Updates. Ich glaube, die ist voll. Aber trotzdem schon sehr schön ist. Wenn ein so Wäufe spielen Gute Baumöglichkeiten hat, wie es jeder Fall ist, hat das schon Cluspunkte. Dann ist es gar nicht so wichtig, wie die Karte aussieht. So, hier geht nicht mehr. Hier auch nicht mehr. Hier. Ich glaube, hier baut der letzte. Probieren wir gleich. Den können wir gleich wieder Bräder reinzimmern. Und den Brust hat auch wieder... Gut, dann gehst du erst mal da rein. Dann nehmen wir erst mal die Bräder mit. Halt. Wir wählen erst. Ja, Kartoffel auch. Sonst habe ich gleich wieder das Problem, dass ich die Bräder nicht mitkriege. Jetzt sollen wir uns neuen entdecken. Wir haben schon wieder Flonzenfasern. Die gibt es echt ohnmaß, ne? So, hau dir die Kartoffel rein. Hau dir das Melönchen rein. Dann sind die Werte auch wieder alle im Tiptop-Ordnung. Den Steunen, den haben wir gleich drin rein. Oh, der Steunen, da müssen wir mich eh gleich mal drum kümmern. Die wollte ich auffüllen, ne? Okay, machen wir gleich. Ich hatte ihn vergessen. So. Sehr schön. Wir machen jetzt erst mal die Bräder rein, bevor wir die Steinkiste auffüllen. Jede Nummer. Schade, dass man nicht so richtig Straßen und Wege bauen kann, aber mal googeln. Das kriegen wir schon ein bisschen mit Foundations und so hin. Da kann man hier ein bisschen rum experimentieren. Aber erst mal hier. Zack. Die Wände ist dehnt, Treppe. Aber nur ein Brett, das kriegen wir hin. Den steht hier nämlich auch alles. Sehr schön. Zack. Lichtmäßig, ja. Wie gesagt, kriegen wir auch noch hin. Treppe steht auch. Nicht gerade schön, aber es steht. Dem muss hier natürlich noch die Dicke rauf. Aber die Dicke hat jetzt nicht solche Eile. Hauptsache. Das Lagerkommt gleich erstmal. Dafür müssen wir gleich erstmal. Dafür brauchen wir sowieso wieder Eisen. Diese Lagerkisten. Mensch, kommt doch nicht immer so um die Ecke gescheißert. Meld dich doch mal vorher vernünftig an, Mensch. Ist doch schillig. Den lässt sich nicht mal was vollen. Aber jetzt brauchen wir, glaube ich, den doch. Ja. Ganz, ganz schlimm. Oh, wo ist die Kiste jetzt? Doch. Der ist mich gleich voll. Der muss noch einmal leer. So. Gut. Braucht nicht alles drin? Doch. Sehr schön. Und der hat auch jede Menge. Wie sieht es überhaupt nicht aus wie eine Gommelkiste? Ah, gut. Wir können uns mal zwei Fisch rausnehmen. Das hier braucht man länger, ne? Ja. Wir nehmen das raus, was sich länger hält. Aber so langsam gammelt hier haben wir wieder ein bisschen was. Also kommt jetzt wieder rein, damit wir die Schmiede wieder in Gang kriegen. So. So, die waren mich, glaube ich, leer, jo. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. Wir gehen jetzt einmal kurz nach oben. Denk hier kümmern wir uns die Spiele. Ich muss nämlich mal was googeln. Was war? Ich glaube, die sind bei Sonstiges. Nein, die sind nicht bei Sonstiges, sonst sind sie bei Lager, ne? Genau die meinte ich. Lagerregal. 40 Bretter, sechs Eisenbohren, 20 mal Schraube. Okay, die sind übelst teuer. Wir müssen unsere Kupferdingen gucken. Wieder in Gang kriegen. Aber, ich muss mal was googeln. Können wir davon zwei nebeneinander? Müsste, ne? Zack. Ja, ja, das geht, das geht. Könnte man sogar ein bisschen von der Wand weg. Warte mal. Den so hin. Na ja, und den noch einmal weg. Okay, die Dinger sind deutlich teurer als ich. Doch. Aber da sollen auf jeden Fall die Kisten rein. Damit wir alles mal ein bisschen so Täter kriegen. Oh, das geht. Da sollen ja auch noch welche hin. Mal gucken, vielleicht hierzwischen auch noch. Bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich will das schon ein bisschen getrennt haben. Hier welche. Was ich da wieder so einzelne Räume raus mache. Mal gucken. Wir bauen jetzt erstmal T2, weil die ja schon so teuer sind. Bretter sind nicht das Problem. Eisenbachen jetzt auch nicht. Schrauben braucht ja 20 pro Regal, ne? Und Schrauben macht man, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, aus Kupfer. Die stehen nicht bei Ruhstoffen. Ne, das dürfte eher ein Sonstiges sein. Hier aus Kupfer, ja. Ja, okay. Es kommen zwar immer 10 Schrauben raus. Gucken, wie viele Schrauben wir haben. Wir hatten ein paar. Wir haben 12. Gut. Das ist natürlich nicht allzu viel. Kupferbahn haben wir nicht allzu viele. Ich glaube, ich muss da gleich einmal rüber. Tachtechnisch. Passt dann noch her. Und? Ähm. Ja, wir haben nämlich nur die zwei. Ein Biesli. Ich muss das Kupferdink damit anwerfen. Das nützt mir alles nichts. Wir brauchen mehr Schrauben. Das kann zumindest schon mal rein. Sehr schön. Und hier zumindest ein bisschen. Fehlt noch acht. Aber wir können ja zumindest schon mal die sechs Eisenbahnen. Ich glaube, 40 Bretter haben wir nicht mehr. Aber mal gucken. 40 Bretter ist schon übelst viel für so ein kleines Regal, ne? Die Eisenbahn haben wir auf jeden Fall. Gut, 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 gut. Wir machen auf jeden Fall eine eigene Kiste für Pflanzenfasern. So, 15 sind drin. Okay. Nein, ja, genug hier reden wir gar nicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Dinger so teuer sind. Das hätte ich jetzt absolut nicht gedacht. So. Ich will immer nur elf. Und die sechs Eisenbahnen kriegen wir jetzt hin. Ich muss auf jeden Fall, das ist wichtig, Hupfer anschmeißen. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sehr schön. Die können schon mal rein. Zumindest den einen hier schon mal fertig kriegen. Die Bretter haben wir, glaube ich, die elf Stück. Das ist doch nicht so das Problem. Ich würde mich gerne den Karren mitnehmen, damit ich auch Stein und das mitkriege. Das Problem ist, die sind voll, ne? Oh. Hier liegt ja noch jede Menge Eisenäts drin, sehe ich gerade. Hier sind auch noch Schrauben. Oh, man. War nicht gesehen. Hier ist noch Glas. Guck mal. Eisenbrocken. Kannst auch einschmelzen, die fünf. Hier sind noch Federn drin. Trockene Ziegel noch. Was ist immer noch an? Hier ist noch Tuch zweimal. Da bloß, ich hätte die ganze Zeit meine Backbone-Lampe bauen können. Dann kriege ich aber gleich einen kulderischen Unfall hier, du. Naja, ich glaube nicht. Wir brauchten drei und haben zwei, ne? Irgendwie sowas war das, ne? Ich gucke noch mal. Ähm, 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 ähm. So. Das müsste ja... War Schuze und Kleidung stehen, ne? Genau, wir brauchen drei Tücher und hatten nur die zwei. So war das. Aber auf jeden Fall. Hier. Nehmen wir raus. Kann er? Büpp, büpp, büpp. Schon mal ein bisschen einschmelzen. Das ist Kobold. Kann er von mir jetzt auch einschmelzen? Hat er was zu tun? Gibt es zumindest wieder ein bisschen Eisen? Die Schrauben zimmern wir oben schon mal rein. Ähm, hier rein. Wieste mal. Schrauben über. Oh, acht. Gut, die brauchen wir später so oder so. Die hauen wir erstmal hier rein. Gut, ich werde jetzt einmal kurz das hier... Nein. Noch auf die Tische schmeißen. Damit wir die letzten paar Bretter zusammen kriegen. Und dann muss ich mal gucken, dass ich zumindest die Kisten da irgendwie leckere... Steinkisten haben wir ja drauf. Damit wir mal rüberfahren können. Das dürfte aber schwierig werden. Ähm, Knochen sind hier auch nicht drin. Aber... Ah, sortiert wird das später sowieso alles. Fehlt an dem Boss nicht mehr. Erstmal alles drin, was noch passt. Ist ja nicht viel. Okay. Weißt du überhaupt noch irgendwas? Ja, die... Der auch. Die brauchen hier eigentlich auch gar nicht rein, die lieben Erde. Abgesehen davon. Knochen passen noch. Nägel brauchen nicht rein. Lehm von mir aus. Der kann rein. Federn haben wir auch drin. Federn haben wir ein bisschen was. Sehr schön. Damit ich die Kisten hier mal leer kriege. Das ist unser Gommelessen. Aber hier. Das kommt gleich ins Feuer. Aber der muss noch rein. Die Nägel müssen noch rein. Sehr schön. Die können wir hier mit drin. So. Die gießt den Mühe sind leer. Hier so ein bisschen Kevlar. Und hier. Ist auch gar nicht mehr so viel. So. Passt du hier noch irgendwas drin, was hier schon drin ist? Nee, ne? Kabel passt offensichtlich noch. Okay. Viel ist er nicht. Aber wir haben hier ja auch noch Kissen. So. Schienen stoppeln nicht, ne? Vermutlich mal. Na gut. Hier wird noch ein bisschen was reinpassen. Zack. Das kommt eh ins Feuer. Das kommt hier drin. Ja, dann haben wir zumindest die Kisten leer. Das ist doch schon mal was. Sehr schön. Dann kümmern wir uns gleich einmal kurz um Biotreibstoff. Damit wir das Ding da hinten. Wirklich mal wieder in Gang kriegen. Trinken sollten wir übrigens auch mal was. Sehr schön. Die sind leer. Die Steunkisten auch, ne? Gut. Eins, zwei, drei. Wir haben ein Biotreibstoff. Das wären zwei. Das wären drei. Gut. Wir kriegen zumindest drei Stück hin. Sehr schön. Ejo. Das reicht doch zumindest, um das Ding erstmal für eine ganze Weile wieder in Gang zu nehmen. Dann würde ich mich so gern, dass wir... Warte mal. Wir haben die Bredder hier, ne? Moment. Da auch gleich einmal hinfahren. Eins, zwei, drei, vier. Äh, viert, ne? Fünf, sechs, sieben, acht. Neun, zehn. Echt jetzt? Ein Brett zu wenig? Ist das doch in Ernst? Echt? Ein Brett zu wenig. Aber warum kommen denn hier die Kisten rein, damit wir mal holen und kriegen? Die werden denn aber auch wirklich sortiert. So, dann schnappen wir uns einmal kurz den. Essen, trinken ist okay. Wir wollen ja jetzt auch nicht kilometerweit. Wir wollen einmal zu unserer Hühle da vorne. Sehr schön. Da dürfte kein Kupfer drin sein, das weiß ich. Das hatten wir ja alles rausgeholt. Aber ich weiß nicht, ob da noch Steine drin liegen. Die werden wir dann im Film jetzt mitnehmen. Und es geht hauptsächlich darum, das Ding mal wieder anzuschmeißen. Gut, es sei denn, die gute Stormina macht nicht mit. Boah, die kennen wir ja schon, die gute Stormina. Und wir werden auch noch sehr viel Eisen benötigen. Hier ist noch Legamon, weiß ich. Ne, guck dir. Decke. Da. Und ob die Heldenlampe wirklich so viel bringt hier später drin, habe ich zwar noch so meine Zweifel, aber... Was ist hier wirklich sehr dunkel drin? Ne, dachte ich mir. E-Screen-Kupfer wäre mir drin, aber... Hier. So kann er zumindest mal mit einem Weichern arbeiten. Damit er mal wieder einen Kupfer rausholt. Ist das alles kopieren? Ne. Wir wissen ja, dass es die hier gibt. Mal googeln. Ob wir später mit der Lampe hier mehr sehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hat er sie ja so reingesteckt? Ja, ne? Ja. So, eigentlich könnten wir jetzt auch mal. Wir brauchen eh noch viel, viel mehr Leben. Mal googeln, ob wir hier so ein paar... Ne, wir haben keine. Alles sicherlich. Wir haben keine Spitzhacke mit. Alles sicherlich. War überhaupt nicht in die richtige Richtung? Ja. Ich wollte nach Liebsteinchen gucken, aber ohne die Spitzhacke bringt uns das auch nichts. Ja, 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 ja. Gut, dann holen wir uns mal noch eine Fuhrerholz für die Säge. Wohl, wir brauchen ja eh noch was für die Regole. Das können wir hier... Ah, jetzt nicht mitnehmen, weil wir den falschen Wagen mit haben. Oh, die gute Stamine. Mensch, still dich doch nicht so an, Junge. Nee. Das ist sackhaft. Kann man die so aufsammeln? Ne, ne? Gut, die stellen wir erstmal wieder hier hin. Wir nehmen wo Alex die Stamine, die da drin sind, mit raus. Die können wir hier reinschmeißen. Die gute... Jo. Gut. Großteils äusend, ein Kobalt, die wir jetzt da wegbringen. Das können wir uns gleich nebenher bewegen. Sehr schön. Und da rechts vor Kobalt, ne? Jo. Sehr schön. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Bip, bip. So, wir haben noch einen Sohmin einsticken. Den schmissen wir auch erstmal hier rin. Den, wir haben die da, boah, passt schon. Den holen wir uns jetzt nochmal Huls. Ja, wir werden hier Stück für Stück... Hier werden da bestimmt noch Lebigsteine so dazwischen sein. Wirklich die Bäume hier abholzen, denn sehen wir sie später auch besser. Ihr sagtet ja auch, man kann da ein bisschen die Grafik auf Low drehen. Denn sieht man es auch besser, gefallen hier Steine, aber... Ehrlich gesagt, will ich doch nicht. Das sieht so... Nee. Ich bin da so eine kleine... Wieso soll man es ausdrücken, dass es nicht so schlimm klingt? Kleine Grafikkugel. Wenn das nicht gut aussieht, dann geht das nicht. Nee, den... Nee, den... Den habe ich keine Lust mehr ausspielt. Das muss schon gut aussehen. Zumindest einigermaßen. Ich meine, die beste Grafik hat... Infektet ja sowieso nicht. Aber man muss es ja nun nicht noch schlechter machen, als es ist. Das ist wohl nicht damit so. Hier holen wir jetzt erstmal wieder voll. Allerdings werde ich das eine Brett da gleich reinmachen, damit wir da die ersten Kisten schon mal reinkriegen. So. Und die nächsten... Sehr schön. Na ja, wie gesagt, wir kommen langsam voran, aber wir kommen voran. So. Die kommen hier auch noch mit drauf. So, ne? Gib mal ein Brett her. Das kommt da definitiv schon drin. Sehr schön. Und ich glaube, da kann man mich die Kisten noch reinstellen, noch rausstellen. Und ich glaube, da unten auch noch. Bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, ob man dann auch was rausstellen kann. Wahrscheinlich nicht. Obwohl es schon schön wäre, ne? Glaube ich aber nicht. So, den W, den will ich jetzt mal gut geben. Wir brauchen sowieso mehr Kisten. Aber allerdings sollen die Kisten hier draußen ja auch weg. Ich müsste jetzt mal eine Kiste nochmal hier draußen hinstellen. Damit ich alles... Oder besser gesagt, eine leere Kiste, die brauche ich hier oben rein. Damit ich das schon mal sortieren kann. Sonst wieder nix. Oh hä. Und die brauche ich auch gleich mal Feuer holst du. Jo, ich werde nochmal eine Kiste bauen. Sonst kriegen wir das hier nicht so Tiet. Ähm, die war hier, ne? Wo ich lage, glaube ich. Hier. Sind doch nur acht Bretter. Die sollten wir hier haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. So, wenn wir die mich jetzt oben reinstellen. Das müsste ja funktionieren. Oder nicht? Ähm, doch. Oben rauf geht auch. Stellt er die auch automatisch richtig rum? Bin mir nicht so sicher. Einfach mal ausprobieren. Mh, pflanzen. Ähm. Ja. Name eingeben sollte man vorher löschen. So, weil wir Pflanzenfasern in Massen kriegen. Was schreibe ich denn da? Pflanzen. Pflanzen. Nicht Pflanzen. Sam. Das war für Pflanzenfasern sehr schön. Ja, das ist richtig rum. Guck mal, die kommen nämlich dann allesamt hier rein. Dann habe ich die nämlich auch schon... So, raus aus den Kisten. Sieht gar nicht so schlecht aus mit dem Text drauf, ne? Dann machen wir nämlich nach und nach, dass wir die Kisten draußen leer kriegen. Die sollen ja auch ins Regal. Jetzt nehmen wir erstmal alle Pflanzenfasern raus. Wirklich nur die Pflanzenfasern. So, ich werde jetzt nicht für jedes Item eine einzelne Kiste machen. Oh, wo ist denn... Pflanzenfasern jetzt neuerdings so schwer, oder was? Halleluja. Das was, bitte kein Vampikum. Nicht jetzt. Oh Mann, okay. Ich wollte doch nur die Pflanzenfasern-Kram aus den Kisten haben. Und dann mal gucken. Für Barren brauchen wir keine Kisten. Da haben wir die Regale. Stück für Stück wird das jetzt alle ordentlich sortiert. Ich werde noch eine Kiste machen daneben. Wahrscheinlich, wo die ganzen Samen reinkommen. Die werden aber alle in eine Kiste kommen. Die heißen nur Samen. Und dann mal gucken. Wir werden wahrscheinlich später noch eine Kiste machen. Die werde ich wahrscheinlich bei den Schmieden hinstellen. Mal gucken, wo die Ärzte reinkommen. So, Rinder. Echt, die Pflanzenfasern wiegen zu viel? Ist das doch ein Ernst? Oh, wie sicherlich. Auf jeden Fall erstmal. Wir gehen erstmal. Machen wir uns mal ein bisschen leuchter. Da sind die Jungs schon wieder. Wunderbar. Wie hat der mich eigentlich da oben gesehen, Mensch? Komm her. Du kannst auch mal herkommen. Profit. Guck mal, da haben wir schon wieder das erste Eps. Jetzt so. Du kommst mal rauf da. Was war das denn jetzt? Kobalt. Das kannst du aber gleich einschmelzen. Muss irgendwann sind die Regole ja mal voll, ne? Hier auch hin. Geht nicht? So, äh, Pflanzenfasern, Pflanzenfasern. Die, haben wir hier noch welche? Hier haben wir Olle, ne? Ja. Hier sind ja auch noch jede Menge. Bisschen aus Gewicht achten. Schon zu viel. Ich jetzt. Pflanzenfasern wiegen da hin. Okay. Das sind nur Pflanzenfasern, Mensch. Und die wiegen da eine halbe Tunnel. Gut. Da sieht man mal, wie viele wir haben, ne? Wir haben garantiert eine komplette Kiste voll. Nur eine Pflanzenfaser. So, D kommt mit. D kommt mit. D kommt mit. Ja. Mehr wird schon zu viel. Der Jung triecht ja nur 50 Kilo. So, mehr als eine Kiste Pflanzenfasern werde ich aber echt nicht machen. Wenn die Kiste hier nicht reichen soll, der wird der Rest weggeschmissen. So, Rinder. Was denn da ist da? Pilz, also. Gut, gut. Aber so kriegen wir nach und nach erst wirklich endlich mal wieder anständig Platz. Und wenn wir dann hier halt mit neuen Looten so zurückkommen, wird das natürlich auch gleich in die richtigen Kisten reingeräumt. Ich will hier draußen überhaupt keine Kisten mehr stehen haben. Außer vielleicht die Gammelkiste erstmal, weil die soll später noch ein extra Gebäude in unser Haus, nämlich in die Küche. Dann machen wir aber extra in der Gammelspeisekammer ab. So, das ist aber echt fast voll. Wir haben Pflanzenfasern en masse. So, jetzt haben wir aber auch, glaube ich, hier draußen nichts mehr in Pflanzenfasern. Hier ist nichts mehr. Na, hier sind wir zwei. Gut. Drei. Den hat er sehr geräucht. Den werden wir aber trotzdem noch in die Küche machen müssen. Das ist alles nichts für die Sommel. Ähm, zuck, zuck, zuck. Plotzi, ne, hier, ähm, Essentrinken, Waffen, Rohstoffe, ne, Plotzi, Bares, Logger. Boah, ich sieht doch. Kann man die hier direkt... Jo, geht. Gut, das waren acht Bräder, ne? Haben wir die noch? Ich glaube, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das ist egal, will ich ja nicht nur haben, weil da stehen sie so schön gerade. So, das nehmen wir einfach nur bis Samen, äh, Samen meine ich. Samen und Saat. Damit es nicht ganz zu zweit deutlich klingt. Sehr schön. Da kommen denn die ganzen... Ja, du geh nochmal raus hier aus der Kiste. Hängst du, jetzt fählst du, oder? Warte, so. Damit wir die auch schon mal raus haben. Und das machen wir halt nach und nach mit allen Teilen. So, Somen, Somen, Somen. Naja, für Tierprodukte und so machen wir noch eine extra Kiste. Zwiebelkeimling würde ich auch als Saat bezeichnen. So, das, das natürlich nicht. Das, das, sind die auch so schwer? Nein. Also ein bisschen Sorn, Verbände, yo, yo. So ein Zwiebelkeimling, die müssen wir noch mit. Aber so kriegen wir langsam mal wieder etwas Luft in den Kisten. Willst du, ist keine Saat. Die sind irgendwie extra. So, und hier ist auch nichts Sornmäßiges. Gut, Saat haben wir gar nicht so viel. Aber ausreichend für eine eigene Kiste. So, Rinder. So, und würde ich sagen, kann man das später hier runterstammeln. Yo. So, das geht schon. So, und hier kommen natürlich noch mehr Kisten für Tierprodukte und so weiter und so fort. Jetzt will ich aber noch einmal was googeln. Ob, wenn ich mittlerweile die Kram, damit die Kiste mich leer schon eine andere Kiste umgestapelt kriegen. Na, wahrscheinlich nicht komplett, oder? Oh, mal googeln. Verleucht, verleucht. Das ist sehr schön. Dann wird die nämlich schon leer. Den können wir die nämlich schon mitnehmen. Und das wird in die Tierprodukte-Kiste. Die müsste denn hier drin. Obwohl die paar Tierprodukte noch nicht so ganz sicher sind. Ich glaube, Tierhaut gebe ich eine extra Kiste, weil das ist ja so groß. Oh, lass mich raus. Danke. Tierprodukte meinte ich eher sowas. Also, ich soll jetzt auch kein Essen. Das kommt ja extra. Sondern eher sowas wie hier. Zum Beispiel Tierfett. Schnorren. Federn. Verbände ich jetzt auch nicht. Das kriege ich alles nur extra. Das Tuch. Öl kann ich jetzt auch nicht. Okay. Juh-Juh. Und Eisenbrocken. Schrauben. Leder machen wir extra, weil das ist so extrem groß. Das nimmt so viel Platz weg. Oh Gott. Wiegt das schon wieder so viel, oder was? Muss man angewöhnen, aus Gewicht zu achten. Was wiegt denn hier so viel? Zementfedern, oder was? Das ist auch schlimm. Das haben wir auch nicht für eine Jahrestäule mittlerweile. Siebt immer gut. Ich muss schon darauf achten. Im November können wir die Felder noch draußen lassen. Allerdings, denke ich mal, werde ich sie, schwer zu sagen, wann Mitte November ist. Ungefähr abschätzen. Ins Gewächshaus verfrachen, damit sie uns nicht kaputt geben. Ich weiß, es geht auch im Haus am Feuer. Weil das Feuer aber im Haus nicht dauerhaft läuft. Im Gewächshaus haben wir ja nochmal. So, rin damit. Die Knochen, würde ich sagen. Hier so hin. Ich weiß nicht, wie weit man die stapeln kann. Sonst schmeißen wir die weg. Die brauchen wir ja noch nicht unbegrenzt. Der kommt hier runter. Genau. So. Den muss ich noch was guckigen. Ähm, jetzt müssen wir uns erstmal um ihn hier kümmern. Was bist du denn für ihn? Du bist ja noch größer als die anderen. So wird das Loot. Oh, ein paar Nägel. Guck mal. Mit Nägel sind wir aber noch nicht so weit. So. Die machen wir extra. Ansonsten haben wir hier pro Kalti-Produkte. Hier. Knochensplitter, würde ich gerne. Eine Kiste machen für Baumaterialien und sowas. Was ist denn eine Möwe? Hör mich nicht schlecht. Lehm und so kommen auch extra. Medizinisches Zeugs kommt extra. Steinfeil, ja gut. Teig würde ich noch als Tierprodukt bezeichnen. Aber ansonsten. Ähm, Rindenmulch natürlich nicht. Nein, 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 nein. Das ist sehr schön. Sehr schön. Gab Fehler, ne? Ja. Tierprodukte. Gut, dann haben wir die auch erstmal alle. Wunderbar. Damit wir hier wirklich die Kisten wegkriegen. So, das machen wir denn hier rein. Da kommt garantiert noch mehr Zuspieler. Aber gut, das ist eine Befreude. Erstmal am Ende. So nach und nach wird denn hier alle sortiert. Ich denke mal, die nächste Kiste wird denn die Lederkiste wählen. Die kommt hier hin. Ich glaube, da unten können wir auch noch welche machen. Das kriegen wir schon hin. Platz haben wir genug. Jut, denn vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.